Wir wollen Migranten in den Vordergrund stellen, die nach Deutschland gekommen sind, hier ihren Weg gefunden haben oder auch ihren Traum verwirklichen konnten. Moment, Schweden, Karastan und was noch? Albanien, Schweden, Indien. Wir möchten erreichen, dass Migranten eine höhere Akzeptanz haben, sich beruflich integrieren und auch, dass Arbeitgeber angesprochen werden, auch Migranten einzustellen, weil es nicht unbedingt negativ belastet sein sollte, Migrationshintergrund zu haben. Untertitelung des ZDF für funk, 2017